Mir gibt es Zuversicht, wenn ich meine beiden kleinen Enkelkinder auf dem Arm habe. Wir sind nämlich letztes Jahr Großeltern geworden und wir haben selber sechs eigene Kinder. Und ich habe das Gefühl, ich kriege das Leben nochmal neu geschenkt. Und das ist für mich wie ein Wunder, dass uns Gott mit diesen beiden Enkelkindern beschenkt hat, weil das Wunderbare daran ist, das eine Kind hat meine Tochter zur Welt gebracht, das andere Kind hat mein Sohn zur Adoption bekommen und weil sie keine Kinder bekommen konnten. Und beides gibt mir Zuversicht, wenn ich diese beiden Menschenkinder sehe, die mich anschauen und mir durch ihre Augen, durch ihre Mimikgestik zeigen, ich bin ein geliebtes Kind. Und ich sage jetzt mal als Pastor, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das gibt mir wirklich Zuversicht.